Herzlich willkommen im Hygienemuseum und bei der Ausstellung im Gefängnis vom Entzug der Freiheit. Was wolltet ihr schon immer mal über das Gefängnis wissen? Was interessiert euch am Alltag von Inhaftierten? Diese und auch noch viele andere Fragen haben wir uns auch gestellt. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen vom Musée des Confluences in Lyon und dem Internationalen Rotkreuz und Rothalbmund Museum in Genf haben wir dieses Projekt erarbeitet. Ich bin aber heute nicht alleine hier, sondern mit meiner Kollegin Maria. Hallo, ich bin Maria Mattes, bin Volontärin am Hygienemuseum und habe in der Abteilung Bildung und Vermittlung für diese Ausstellung unter anderem Führungen und Projekte entwickelt. Wir wollen euch heute einen kurzen Einblick in die Ausstellung geben, eine kurze Führung durchmachen und wollen euch aber nicht länger auf die Folter spannen und nehmen euch gleich mit rein. Wir stehen jetzt hier im ersten Teil der Ausstellung und wenn man eine Ausstellung über das Gefängnis macht, dann kommt man einfach auch nicht drum rum, sich zu fragen, warum wir straffen und wie wir eigentlich auch straffen. Wir stehen jetzt hier direkt vor dieser großen Wand, auf der steht, wir sind es, die Strafen. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man in die Ausstellung kommt. Und was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht, als ihr die Ausstellung entwickelt habt, warum das das Erste ist, was man hier sieht? Also was heißt es eigentlich, wir sind es, die Strafen? Wir als Gesellschaft haben ja immer damit ganz viel zu tun, wie überhaupt gestraft wird. Das heißt, wir legen die Normen fest, wir legen Regeln fest, wir legen aber auch fest, was passiert, wenn diese Normen und Regeln und auch Moralvorstellungen übertreten werden. Also wenn sie verletzt werden und damit auch, wie wir mit den Menschen umgehen, die die Regeln übertreten haben und wie es dann sanktioniert wird. Dies hat sich gewandelt durch die Jahrhunderte, aber auch in den verschiedenen Ländern. Wir können uns jetzt hier das Beispiel anschauen von Homosexualität, die in den 1960er Jahren in Westdeutschland tatsächlich noch ein Straftatbestand war. Und das ist natürlich heute unvorstellbar. Wir sehen auch ein anderes Beispiel, ein jüngeres Beispiel, wo es um das Thema Internet geht, also um den Aufstand in sozialen Netzwerken, wie es hier genannt ist. Und da sieht man eben auch durch digitale Entwicklungen gibt es überhaupt erst neue Straftaten und Straftatbestände, die entstehen und die dann wiederum sanktioniert werden. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns natürlich auch erstmal anschauen, wer alles am Strafprozess beteiligt ist. Wir haben hier ein Bild, das stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts, aber trotzdem ist es bis heute sehr aktuell. Denn es zeigt die Akteure und Akteurinnen des Strafens, also die Menschen, die unmittelbar darin beteiligt sind. Wir sehen hier verschiedene Personen. Wir haben ein Opfer, wir haben einen Täter, wir haben die Angehörigen des Opfers und wir haben den Staat in Form von Justiz und Polizei. Was man dann im Hintergrund noch sieht, das ist die Gesellschaft, die eben neugierig, aber auch kritisch durch die Tür guckt und so auch das ganze Geschehen natürlich bewertet. Seit wann gibt es eigentlich das moderne Gefängnis? Es gab sicherlich schon immer Formen des Einsperrens, aber das Gefängnis, wie wir es heute kennen, entsteht so ungefähr um die Französische Revolution aus dem Gedanken heraus, das Strafen humanitärer zu gestalten. Und da sind die Funktionen des Strafens auch gleich von Anfang an mitgedacht. Also die Gesellschaft soll Vergeltung erfahren, es soll abgeschreckt werden, der Täter soll natürlich seine Freiheitsstrafe verbüßen und es geht auch um die Erziehung und die Besserung sozusagen des Einzelnen. Wir sehen hier verschiedene Beispiele, wie die Institution Gefängnis dann architektonisch ein Gebäude geschaffen hat, um dieses Strafen auch durchzuführen. Wir sehen hier historische und auch aktuelle Beispiele. Wir haben dann von Anfang an aber auch gleich eine Kritik, die zu tragen kommt und die von den Theoretikern und Theoretikerinnen benannt wird und die darauf abzielt vor allem, was am Ende oder was nach der Haftstrafe passiert, nämlich die Resozialisierung. Also die Zeit nach der Entlassung, die dann besonders kritisch ist und besonders schwierig und die eben leider nicht immer ganz so funktioniert, wie es wünschenswert wäre. Wo die Chancen und Probleme des heutigen Gefängnisses liegen, sieht man hier in dieser Abteilung, die sich mit den verschiedenen Fragestellungen rundherum beschäftigen. Dazu muss man aber nochmal vorab sagen, dass es eben nicht nur das eine Gefängnis gibt, sondern dass sich Gefängnisse sehr stark voneinander unterscheiden können. Je nach Land, aber selbst nach Bundesland, Region und dem Konzept, das sie verfolgen. Das Ziel des Strafvollzugs ist es ja eigentlich, die Menschen darauf vorzubereiten, danach ein straffreies Leben zu führen und sich gut wieder in die Gesellschaft einzugliedern. In der Realität ist es aber oft nicht möglich, weil die Menschen in der Phase der Entlassung eben einfach vor starken Problemen stehen. Viele haben keine Wohnung, keinen Job, wenig Geld, zerrüttete Beziehungen und auch nur wenig Perspektive und auch das Stigma, Gefangener wird man eigentlich nicht mehr so wirklich richtig los. Eine sinnvolle Vorbereitung auf die Zeit nach der Entlassung ist aber in Gefängnissen auch oft eben nicht so einfach möglich. Denn auch dort gibt es Probleme, zu wenig Personal, zu wenig Ressourcen und überhaupt zu wenig Zeit, sich mit den individuellen Bedürfnissen der Gefangenen zu beschäftigen. Dabei sollten wir als Gesellschaft doch eigentlich das große Interesse daran haben, dass die Leute danach eben ein straffreies Leben führen und sich gut wieder in die Gesellschaft integrieren können. Denn derzeit ist die Wiederinhaftierungsrate in Deutschland bei circa 30 Prozent und das ist eigentlich schon relativ hoch, wenn man sich überlegt, dass das Ziel eigentlich ist, dass die Menschen straffrei leben. Wie es aber auch anders gehen kann, zeigt diese Abteilung eben in einigen verschiedenen Filmen und Interviews. Und da schauen wir mal kurz rein. Das Video zeigt einen Protagonisten, der im offenen Vollzug lebt und der somit außerhalb des Gefängnisses arbeitet. Dies ermöglicht ihm wesentlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach seiner Entlassung. Es gibt aber auch weitere Alternativen zum herkömmlichen geschlossenen Strafvollzug, so etwas wie gemeinnützige Arbeit oder elektronische Fußfessel oder aber auch Formen des freien Vollzuges, in denen die Menschen anders sanktioniert werden und gemeinschaftlich zusammenleben. Trotzdem strengen Regeln folgen, aber eine andere Perspektive aufgezeigt bekommen. Und diese Modelle sind noch nicht sehr weit verbreitet, aber da, wo sie angewandt werden, sehen wir eine sehr hohe Erfolgsquote. Ein weiteres Beispiel ist die Restorative Justice, die wir hier auch noch vorstellen. Und dieses Modell orientiert sich oder inspiriert sich an indigenen Kulturen. Wir haben hier in der Vitrine zwei Beispiele von den Kulturen der Inuit und der Kanaken, die Strafen ganz anders konzipieren und denken und die mit Hilfe von Ritualen und rituellen Zeremonien, zum Beispiel Geschenke austauschen, um so die Konfliktparteien wieder miteinander zu versöhnen. Und dieses Modell wird auch in unseren Gesellschaften als Inspirationsquelle genommen, um Strafen anders zu denken und eine Begegnung zwischen dem Opfer und auch dem Täter zu ermöglichen. Das heißt, das Opfer auch mehr in den Strafprozess einzubinden und weg von der Idee, nur einen Einzeltäter zu isolieren, hin zu der Idee, die Konfliktparteien zu versöhnen und Wiedergutmachung zu schaffen. Wir können diese komplexen Fragestellungen natürlich nicht abschließend in dieser Ausstellung beantworten, aber wir möchten euch alle einladen dazu, Strafen und auch das Gefängnis neu zu bewerten und auch zu hinterfragen und sich mit den Alternativen auseinanderzusetzen. Denn wenn man davon ausgeht, was Experten sagen, wie zum Beispiel ein Experte aus Deutschland, den wir hier interviewt haben, Professor Melike, dann ist circa ein Viertel bis ein Drittel der Personen im Strafvollzug nur wirklich so gefährlich, dass man sagt, man muss die Gesellschaft vor ihnen schützen und sie deshalb einsperren. Und für die großen anderen Anteile könnte man auch vielleicht Alternativen finden, um sie so besser in die Gesellschaft wieder einzugliedern nach dem Strafvollzug. Wie denkt ihr, dass ihr diese Fragen beantworten würdet? Im nächsten Video schauen wir uns dann die Strukturen und Probleme des Gefängnisalltags an und schauen auch noch ein bisschen tiefer in die anderen Ausstellungsabteilungen rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.